Und zu guter letzt Unser letzter Jetzt haben wir hier zu viele Truppen Schlacht gewonnen Ihr werdet angegriffen Jetzt geht es gegen die beiden Armeen Und das Schöne ist Für jeden Gegner den wir töten kriegen wir auch noch Geld Schöne Schöne Sehr viele Verluste So wie es aussieht Aber die können wir ja auch wieder reinholen Also du hast zwei Musketiere verloren Das ist nicht so schlimm Du hast vier Pikiniere und drei Musketiere verloren Du hast fünf Pikiniere verloren Du hast fast gar nichts mehr Ja okay Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen Sehr schön Stein haben wir gerade genug Wir haben eigentlich auch das Zeug genug Aber trotzdem nehmen wir das So Dann reparieren wir mal hier Okay Tchau 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 So... ...me. Und ja, nachher haben wir dann noch hier einen Feind. Nämlich hat es Prinz Krüger. Der Walfanghafen, okay. Der wäre dort, der Walfanghafen. Jetzt übrigens, wo ich das Gebiet habe, kann ich ja mal gucken. Das sehe ich irgendwo... ...einen leeren Steinbruch. Eine Kohle-Mine, die nicht besetzt wurde. Ja, Produktionsgüter hat er noch jede Menge. Er bildet ja auch noch Truppen aus. Allerdings, wenn wir ihm das Territorium wegnehmen, dann schneiden wir ihn eigentlich ab. Dann kriegt er keinen Weizen mehr, kriegt er keinen Eisen mehr. Kann ihm entsprechend keine Waffen, nichts mehr produzieren. Hier fehlen noch fünf Bikiniere. So, die Bikiniere werden gerade wichtiger als die... Wobei, um hier anzugreifen, brauche ich hier keine Bikiniere. Hier brauche ich nur Musketiere, um durch den einen Turm durchzukommen. Hier brauche ich nur, um hier anzugreifen, um hier anzugreifen, um hier anzugreifen. Ja, mit ein paar Verlusten muss ich halt rechnen. Ja, zwei, also vier Musketiere insgesamt, zwei pro Armee habe ich verloren. So, jetzt bin ich wieder hier. Also, dass ich ganz schnell das einnehmen kann. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. So, noch ein Steinbuch. Wir sitzen hier unten aus... Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich hab hier auch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Beziehungsweise, wir hocken hier unten auf der Gefängnisinsel. Also die hier. Und haben hier ja mehr oder weniger wieder Festland. Und hier nochmal eine Insel. Obwohl, nee, das ist nicht Festland, das ist ja noch eine Insel. Also es sind drei Inseln hier. So, wir haben die Partei, die wir ausschicken wollen. So, wenn die Pekiniere noch eingetroffen sind, dann beginnen wir die nächste Belagerungsschlacht. Er hat halt wenig Gold, der Junge hier. So, wir haben die Pekiniere noch eine Insel.